Was ich ankündigen möchte, damit das Video noch mal ein bisschen an Spannung und Fahrt aufnimmt, ich habe hier ein Shampoo und einen Conditioner. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich jetzt quasi mein altes Handy, werde ich, und das sind gute News für alle, die mit mir Kontakt aufnehmen wollten oder möchten, werde ich zum Community-Phone machen. Ja, einen wunderschönen hier aus der Hauptstadt und herzlich willkommen zu meinem jetzt mittlerweile dritten Corona-Update. Es ist jetzt nämlich exakt zwei Wochen her, dass bei mir die ersten Symptome aufgetaucht sind. Ich bin seit Mittwoch letzter Woche offiziell Corona-positiv getestet worden und heute möchte ich noch mal einmal darüber sprechen, wie es mir jetzt nach exakt zwei Wochen geht. Wenn dich das interessiert, ja dann hoffe ich doch, wir haben einen Deal und du bleibst auf jeden Fall dran. Ja, schön, du bist auf jeden Fall noch da. Das finde ich schon mal gut. Wie eingangs schon gesagt, ist es jetzt exakt zwei Wochen her, dass ich die ersten Symptome hatte. Ich werde jetzt die Symptome noch nicht alle noch mal aufzählen, das wäre vielleicht ein bisschen redundant. Wer mein Video zu meinen Symptomen noch nicht gesehen hat, für den verlinke ich das Video hier oben nochmal. Einfach draufklicken und dann erfährst du wirklich en Detail alle Symptome, die ich zu Beginn verspürt habe. In diesem Video geht es primär darum, wie es mir jetzt geht, exakt zwei Wochen nach den ersten Symptomen. Es ist so, dass ich sagen kann, dass ich überhaupt keine Schmerzen mehr habe. Also ich habe keine Kopfschmerzen, keine Nackenschmerzen, ich habe keine Hautschmerzen mehr. Mir geht es körperlich eigentlich schon wieder richtig gut. Ich würde sagen, dass ich vielleicht so bei, es ist immer schwer, das selber zu beurteilen, auch wenn man sich nicht belastet. Aber ich denke mal, dass ich so bei 85% jetzt wohl bin, meiner eigenen Einschätzung nach. Man hört vielleicht, dass ich noch irgendwie noch so einen ganz leichten Belag hier in der Hals- und Stimmregion habe. Und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass meine Ohren so ein bisschen halb zu sind, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich höre schlechter. Sondern für mich hört sich meine Stimme noch nicht wieder so an, wie vor der Corona-Infektion. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich bisher noch nicht so viel geredet habe, heute. Aber das ist das, was ich beobachten kann. Ich habe hier und da nochmal einen Hustenreiz, der ist aber ganz, ganz, ganz reduziert nur noch. Und das ist eher so, sage ich mal, über den gesamten Tag wie jetzt zum Abend hin, wird es wieder ein bisschen besser. Da höre ich mich auch am Telefon, wie meine Freunde mir sagten, auch schon wieder relativ, ja, normal, okay und gesund an. Ansonsten, wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass wie so ein leichter Schleier noch so in meinem Kopf liegt, der so über die Ohren geht und so ein bisschen über meine Stimmbänder. Und dass ich sagen würde, ich fühle mich nicht so 100% klar und da. Ja, ja, das kann ich so sagen. Ich hoffe, dass das sich natürlich noch gibt. Insbesondere, weil ich heute auch angerufen wurde, dass jetzt der Vertrag für meinen nächsten Job, der am 1.12. startet, sich jetzt morgen auch auf den Weg zu mir machen wird. Und dann ist das auch wirklich komplett nagelfest. Nagelfest, kann man das sagen? Ich weiß es nicht. Also da ist mir schon mal ein Stein vom Herzen gefallen, als ich heute den Anruf bekommen habe. Ja, sodass ich hoffe, dass ich dann, wenn ich am 1.12. wieder arbeite, auch wieder bei völligem Besitz meiner Kräfte bin. Es gibt zwei Dinge, die ich erwähnen möchte. Zum einen habe ich ein neues iPhone. Ich habe nämlich mir tatsächlich, nachdem ich jahrelang das iPhone 8 hatte, das iPhone 12 Mini mir gegönnt und bin mega happy darüber. Sollte Interesse bestehen, dass ich auch dazu mal so eine Art Review mache, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich dann eher davon absehen. Vielleicht gibt es ja auch, sage ich mal, Kanäle, die da besser drauf spezialisiert sind als ich. Wobei ich schon eine sehr eindeutige Meinung habe zu den Features und zu den Verbesserungen von diesem iPhone 12 Mini. Das hat aber auch dazu geführt, dass ich jetzt quasi mein altes Handy werde ich, und das sind gute News für alle, die mit mir Kontakt aufnehmen wollten oder möchten, werde ich zum Community Phone machen. Das heißt, ihr könnt mir jetzt ganz normal per WhatsApp Sprachnachrichten, Videonachrichten oder einfach nur WhatsApp Nachrichten direkt an diese Nummer schicken, die ich jetzt auch mal hier kurz einblende. Also ihr findet die Nummer natürlich auch in der Videobeschreibung nochmal, aber ich sage sie euch jetzt mal kurz an. Also die Grey Young, das Männermagazin Community Phone Nummer lautet 015172914172. Ich blende die jetzt auch hier nochmal ein. Und das heißt, wenn ihr Kritik habt, Anregungen habt, Fragen habt, dann könnt ihr mir die jetzt quasi auch über diese Nummer stellen. Am schönsten und am interessantesten wäre es natürlich für mich, wenn ihr das per Videonachricht machen würdet. Ich würde mir dann aber auch vorbehalten, dass ich dann Fragen, die jetzt per Video eingehen, dass ich die mal vielleicht auch in das ein oder andere Video mit reinnehmen würde. Ja, also das heißt, ich würde mich freuen, in Zukunft von euch direkt auf das Community Phone Nachrichten und Fragen und Anregungen zu bekommen. Das soll aber, weiß Gott nicht, heißen, dass ich nicht am allerliebsten nach wie vor Fragen und Kommentare direkt unter dem Video lese. Aber das heißt für all die, die mir sonst vielleicht bei Instagram direkt Nachrichten geschrieben haben, ihr könnt mir jetzt auf jeden Fall unter dieser Nummer mit mir in Kontakt treten, die ich jetzt hier auch nochmal einblende. Ich bin gespannt, was auf der Nummer so abgeht und ja, freue mich drauf, was auch immer da passieren mag. Also natürlich kostet eine WhatsApp, eine Nachricht oder wie auch immer gar nichts. Es ist komplett kostenlos. Es ist einfach nochmal ein weiterer Weg mit mir in Kontakt zu treten und ich freue mich drauf auf dieses kleine Experiment. Aber zurück zu Corona. Ich bin immer noch in Quarantäne. Ich habe jetzt noch, ich glaube, zehn Tage Quarantäne vor mir. Ich gönne meinem Körper viel, viel Ruhe. Ich schlafe viel. Ich mache natürlich noch keinen Sport. Ich versuche mich einfach nur auszuruhen und habe jetzt auch mit The Crone angefangen auf Netflix tatsächlich. Was ich ankündigen möchte, damit das Video nochmal ein bisschen an Spannung und Fahrt aufnimmt. Ich habe hier ein Shampoo und einen Conditioner, der extra für Männer Haar entwickelt wurde, was von Haarausfall bedroht oder betroffen ist. Das teste ich aktuell und ich habe geplant, dass ich zu diesem Shampoo und zu dem Conditioner ein eigenes Video machen werde. Und zwar noch diese Woche. Und für alle, die immer noch darauf warten, auch das Update von dem Haarteilexperiment mit Phil. Das kommt. Wir wollten es drehen, dann kam Corona dazwischen. Aber sobald ich aus der Quarantäne wieder raus bin, werden wir das Video drehen. Wenn du noch Fragen zu meinem Corona-Verlauf hast oder selber gerade daran leidest und mir eine Frage stellen willst, dann kannst du das gerne tun. Schreib es mir einfach in die Kommentare oder nutze die Nummer von unserem Alla Community Phone. Diese findest du in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch natürlich eine erfolgreiche Woche. Bleibt vor allem gesund. Distanziert euch. Reduziert Kontakte. Denn der Virus, auch wenn er bei mir anscheinend einen leichten, milden Verlauf genommen hat, ist, weiß Gott, nicht zu unterschätzen. Also, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und vor allem denk dran, du bist, was du aus dir machst. Bis zum nächsten Mal.